Ja hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Schön dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich meinen Piaggio Ciao Motor zerlegt. Und für alle die wo die Folge verpasst habe von einem Unboxing Video was wir da verbauen werden. Alles kein Problem. Wenn ihr keinen Bock habt, habt zurück zu schalten. Bleibt einfach dran. Ich erkläre das alles nochmal. Und schon mal vorab, sorry für so ein paar Sprachfehler, weil ich bin wirklich ziemlich müde und ziemlich kaputt. Ich war an dem Derby GP1 bis heute Morgen um halb zwei dran. So kurz nach halb zwei bin ich dann ins Bett mal gegangen. Und bin dann wieder heute Morgen um 8 Uhr da gestanden. Also gut fangen wir mal an. Ich habe jetzt mal den Motor zerlegt komplett. In der Schal habe ich die komplette Zündung drin. Und ja was ist passiert. Den Motor habe ich eigentlich circa vor einem Jahr neu gemacht. eigentlich. Aber ja. Hier haben wir ein paar Dinger drin. So sandig. Ja. Und die Motorhälfte. Das ist schon mal halt weniger gut. Dann die Fußdichtung. Ja. Hat schon bessere Tage gesehen. Natürlich. Aber gut. Ausbruch, Vergaser. Alles rausgerissen. Luftfilter. Hat auch schon ein paar bessere Sachen gesehen. Die Kurbelwelle ist ganz interessant. Weil die ist richtig fatal ärmer. Die ist total im Sack. Aber wo ich den Motor neu gemacht habe. Habe ich die alte Kurbelwelle noch verwendet. Ja. Das heißt die Kurbelwelle ist ungefähr 49 Jahre alt. Ja. Und äh. Da ist etwa das passiert. Das sieht man nicht. Das sieht man nicht. Aber. Das ist schon blau verfärbt. Und hier. Das ganze Bläuel. Ist verfärbt. Und hat auch extrem Spiel. Aber das ist halt eben. Die original Kurbelwelle. Mit einem zwölf Millimeter. Hier ist ein bisschen. Und der Kolbe. Ohne Nadellager. Und die Nadellager. Da ist eben nur. Die. Messinghülse. Eingepresst. Und die lagert. Sozusagen. Dann. Der Kolbe. Ja. Da kommt kein. Nadellager mehr rein. Da kommt dann einfach. nur der Kolbe drauf und fertig. Und das soll dann die Schmierung sein oder die Lagerung sein. Kupplung ist auch langsam am Ende. Die ist auch ziemlich fertig. Und was haben wir noch? Eigentlich gar nichts mehr. Kupplung ist sowieso fertig. Den habe ich schon vier mal gepflegt. Ah, hier die Kolbe. Den Motor habe ich gemacht letztes Jahr im Dezember, glaube ich, habe ich den gemacht. Und seht mal, wie der Kolbe aussieht. So ziemlich abgefuckt. Der obere Kolbe-Ring. Der lässt sich noch gut drehen. Wenn man den jetzt aber abzieht. Der untere Ring, der lässt sich fast gar nicht mehr bewegen. Die Seite ist gut. Und die Seite, die kann ich fast gar nicht mehr mit dem Fingernagel bewegen. So, da müsste ich jetzt schon den Schraubezieher nehmen. Weil es ist egal, ob man den kaputt macht oder nicht. Der ist eh Müll. Aber der ist richtig fest. Ich kriege das nicht raus. Ich kriege das nicht weg. Der ist total fest. Also der ist richtig heiß geworden. Aber der ist kaputt. Man sieht hier jetzt auch, wie der Kolbe-Ring sich hier auf der Seite raus bewegt hat. Aber er lässt sich nicht mehr richtig zurück bewegen. Der ist total kaputt. Also die Teile werden wir sowieso nicht mehr verbauen. So wie es so war. Weil wir machen ein komplett neues Setup. Das stelle ich euch jetzt kurz vor. Für die, die das Unboxing-Video verpasst haben. Dann stelle ich das nochmal vor. Ich räume schnell alles weg. Dann haben wir das auch weg, das auch weg. Jetzt kommen wir mal zum neues Setup. Verbrauchen wir mal auf jeden Fall ein Dell-Orto 12 12er SHA Vergaser verbauen. Original habe ich gehabt. 12 10 oder 10 12er Vergaser original habe ich gehabt. Jetzt werde ich wechsel auf 12 12er Vergaser. Sollte ein bisschen mehr Leistung bringen. Dann habe ich hier natürlich auch eine neue Luftfilterkasten besorgt. Weil wenn man sich den alten hier so anschaut. Das sieht schon ein bisschen traurig aus. Und abgefuckt und abgeranzt. Ja gut. Dann habe ich auch eine kleine neue Schelle besorgt. Mit der Schelle auch. Weil vorher habe ich die Schelle gar nicht gehabt. Da habe ich dann einfach so eine Lederlappe hinten rein geklemmt. Dass der Luftfilter dann eben fest hängt. So, Vergaser haben wir das haben wir. Dann habe ich hier besorgt. Brandneu. Ein kompletter Lagersatz mit Zimmerring und die neue Spacer. Das ist ganz wichtig. Weil ein Spacer kommt erst auf die Kurbelwelle und dann danach gleicht das Lager drauf. Wenn ihr die Spacer vergisst, kann das sein, dass die Kurbelwelle sich links und rechts verschiebt. Und kapitale Morterschäde verursacht. Ja. Kompletter Dichtungssatz. Neuer Mitnehmerkeil für das Polrad. Das haben wir auch dabei. Dann haben wir hier eine nagelneue Kurbelwelle. Diesmal mit 10 mm Kolbenpolze, aber mit Nadellager. Das ist nämlich ganz wichtig, dass man das nimmt für den Zylinder, wo wir verbauen würden. Wir werden nämlich auf Sport Setup umsteigen, wo ein guter Kollege von mir auch fährt. Da werde ich euch auch einen Link zu dem Kanal von einem Kollegen in die Beschreibung reinpacken. Und dann könnt ihr den Kanal mal auschecken. Cooler Typ. Auf jeden Fall. Lohnt sich auf jeden Fall mal da reinzuschauen. Und ja wie gesagt, wir werden auf ein Sport Setup umsteigen. Und deswegen 10 mm Kolbenpolze. Jetzt sagen manche ja geht es so einfach von 12 mm Kolbenpolze auf 10 mm Kolbenpolze. Bei der Ciao geht es ja ganz einfach. Alte Kurbelwelle raus. 12 mm Kolbenpolze raus. Und 10 mm Kolbenpolze Kurbelwelle rein. Das ist alles Plug and Play mit dem Polrad, mit der Zündung ist alles gleich. Und dann haben wir hier noch ein neuer Auspuff. Mit Straßenzulassung ist auch ein Sportauspuff. Das ist der Cido Plus. Der sollte ein bisschen mehr Leistung bringen und auch ein bisschen besseres Sound an den Tag legen. Nur so dass man die Polizei nicht erschreckt. Aber soll ein bisschen bessere Performance und ein besseres Sound liefern. Dann haben wir hier eine brandneue Kupplung. Von der wir nicht alles verwenden werden. Nicht auch der Kollege mir gerade. Weil ich ja die 30 mm Kupplung noch habe. Das ist eigentlich eine Tuning Kupplung. Und das ist eine originale 27 mm Kupplung. Allerdings auch für die neueren Modelle. Darum werden wir von der Kupplung alles verwenden. Bis auf die Kupplungsglocke. Die lassen wir weg. Aber sonst hier die ganze Anlaufbacke, Kupplungsbacke, alles nehmen wir alles mit in die 30er Kupplung rein. Aber die Gegendruckplatte nehmen wir auch mit. Dann habe ich eine Riemenscheibe hinter. Im Moment drauf 80er. Aber ich habe noch eine alte Kupplung. Und zwar die 70er. Unter der Jouleute sagt man Pulli dazu. Ich habe noch eine 70er Pulli hier. Das werden wir drauf schrauben. Und sich hier noch ein bisschen wieder richten. Dass man dann eben nicht gleich so hoch dreht. Und das ist eben das 80er Pulli. Ist ja auch nicht schlecht. Aber mit dem 80er dreht es halt eben sehr früh sehr hoch. Und mit dem Scheibe hier mit dem 70er. Es läuft dann zwar etwas etwas schneller. wie es darf. Aber um den Motor zu schonen. Ist das wirklich sehr gut. Ja. Was haben wir noch hier. Wir haben noch den 50cc TR Zylinder. Mit der verschärfte Steuerzeite. Und wenn man hier reinschaut. Haben wir eben noch. Hier die. Die zwei Boost Ports. Ja. Wo dann. Die Boost Ports sind eigentlich nur da. Dass. Das Frischgas. Oder Benzin Luftgemisch. schneller in das Kurbelgehäuse rein transportiert wird. Und schneller wieder. In die Zylinder rein gespült werden können. Ja. Die endgültige Drehzahl. Wird dann letztendlich. Über den Überströmer. Ja. Wo vom Werk dann auch. Größer. Und hoch gezogen worden sind. Ja. Das macht dann eben. Die Steuerzeiten aus. So. Ähm. Ja. Mit einer Kollegin hat auch gesagt. Dass man hier die Auslass und Einlass Fenster hier entgraden sollte. Nur mal Dank schön dafür. Ähm. Es ist eigentlich besser. Für den Zylinder und auch für die Kolberringe. Weil ihr müsst euch das vorstellen. Die Zylinder wenn sie gefertigt sind. Die sind zwei Einbau fertig. Aber. Die haben halt ziemlich scharfe Kante. Ja. Und äh. Wenn der Kolbe jetzt nach unten fährt. Dann gehen die Kolberringe auseinander. Weil der Zylinder von den Jaws sind. So ein bisschen konisch. Oder so. Das ist ja gesagt. Extrem. Jetzt mal gesagt so. Ja. Aber. Ist nicht viel. Dann fährt der Kolbe nach unten. Die Kolberringe gehen auseinander. Dann fährt er wieder nach oben. Und die Kolberringe gehen zusammen. Und müssen jedes Mal. Bei dem Auslass und Einlass Fenster. Über die scharf. Extrem scharfe Kante drüber. Ja. Und da schleift man die Kante etwas runter. Oder. Ein bisschen abrunden. Dass dann. Die Kolberringe. Nicht. Sofort. So zusammen gedrückt werden. Und. Sofort. Auf Widerstand kommen. Ja. Das drum. Runden mal das ein bisschen ab. Dass das alles ein bisschen. Geschmeidiger. Ja. Über die Bühne läuft. So. Das war's. Mal wieder. Von dem Video. Ähm. Den Link. Von dem Kollegen. Von mir. Hau ich euch mal in die Beschreibung. Unter rein. Guckt da mal rein. Lohnt sich auf jeden Fall. Cooler Typ. Und. Ich mach mich jetzt mal an die Arbeit. Weil. Der GP1 ist ja jetzt weg. Und jetzt hab ich Zeit. Auf jeden Fall. Für meine Ciao. Und dann würde ich sagen. Wenn es euch voll hat. E Däumle. Wenn ihr mehr sehen wollt. E Abo. Und äh. Wenn euch. Alles scheiße war. Dann schreibt mir einfach in die Kommentare. Dann fick dich halt. Oder so. Aber. Danke dass ihr wieder da wart. Bis dahin. Euer Andy.